Du musst da weg, du schießt ans Verrück. Die Idee ist, dass wir in erster Linie etwas auf dem Bad Grun machen und ich habe natürlich sofort an Karin und Julia gedacht. Wir suchen die neuen Romeo und die neuen Julias, die ihre Liebe öffentlich zeigen wollen. Die werden vor mir auch gemacht und es wäre super, wenn sich ganz viele Pärchen bei uns melden.